Hat Syria sich bei dir entschuldigt oder habt ihr euch mal ausgesprochen? Ja, es ist wirklich einfach widerlich, ne? Muss man sagen. Ihr sitzt einfach die ganze Zeit so hier neben. Was macht denn Nico da? Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Temptation Island Instagram Statement Reaction. Hier auf diesem Kanal, heute wie angekündigt, kommen wir zu Sarah. Gestern habe ich ja auf das von Adrian reagiert und das kam auch mega gut an. Also hätte ich gar nicht damit gerechnet, aber war wirklich richtig krass. Müsst ihr euch anstrengen, damit das hier vielleicht auch wieder so gut ankommt. Ansonsten bin ich echt mal gespannt, also was wir jetzt so von Sarah im Nachhinein nochmal hören. Wir kennen ja jetzt nur die Meinung natürlich aus den Folgen und aus den Interviews von RTL. Aber bei den Interviews fand ich es auch nicht ganz so gut, weil das halt immer nur so Ausschnitte waren. Also das würde ich wirklich gerne mal ungeschnitten sehen. Und ich immer nur so 20 Sekunden gefühlt irgendwie eine Antwort von ihr. Und dann war es das auch schon wieder. Also wie gesagt, würde ich echt gerne mal ungeschnitten sehen. Aber das wird wahrscheinlich nicht gehen. Dafür sind wir hier bei Instagram. Da ist das Ganze ungeschnitten. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Zu Nico etc. Zu dem ganzen Thema. Gucken wir rein. Lass gerne vorab ein Like und ein Abo da. Viel Spaß mit der Reaction. Und damit let's go. Wann denkst du, hat Nico die Beziehung aufgegeben? Erst wollte er ja alles vertuschen. Da sagt sie dazu. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber spätestens, nachdem ihm bewusst war, dass alles aufgeflogen ist. Warum sollte man es halt sonst versuchen, bis zu dem Punkt zu vertuschen? Aber denk mal weiter. Angenommen, es wäre wirklich nicht rausgekommen. Er hätte dann mit diesem Gewissen leben können. Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, wann hat er aufgegeben damit? Ja, wahrscheinlich als er gemerkt hat, irgendwie wissen die dann doch Bescheid. Wobei er sich ja wirklich auch bis zum Ende dumm gestellt hat. Also selbst als Sarah noch neben ihm saß, hat er ja immer noch so getan, als wüsste er nicht genau, was vorgefallen ist. Und ich glaube, er hat das auch nicht wirklich gecheckt, dass Lola, die vor ihm sitzt, genau weiß, was passiert ist. Und dass das gleich rauskommen wird. Ich denke mal, sie ist halt sehr, sehr enttäuscht von dem, was sie gesehen hat. Und ich denke mal, auch geschockt. Was habe ich denn gesehen? Erzähl mal. Was habe ich gesehen, wovon ich denn so enttäuscht bin? Wie ich gefeiert habe, wie ich es kundiert habe. Da haben wir den Beweis. Der denkt wirklich immer noch, dass das nicht rauskommt. Da dachte er ja immer noch, es geht einfach nur um die Partybilder. Und die waren ein bisschen vielleicht so übertrieben. Aber mehr auch nicht. Und zu dem Punkt, mit dem Gewissen leben können, das glaube ich nämlich auch. Also da bin ich mir wirklich 100% sicher, der hätte das nie im Leben von sich aus erzählt. Safe nicht. Und ja, wenn das nicht rausgekommen wäre, der hätte ganz normal weitergemacht. Das ist wirklich auch, es ist wirklich einfach widerlich. Muss man sagen. Kann man auch nicht anders ausdrücken. Wolltest du mit Temptation Island testen, ob er dich auch betrügt oder eher andere Grenzen? Da finde ich, hätte man auch mal, oder vielleicht kommt das auch noch, fragen können, ob sie denn wusste, dass er vor Temptation Island, er hat das ja auch mal so ganz locker rausgehauen, und schon öfter fremdgegangen ist, als er, weiß ich gar nicht mehr, wie hat er das gesagt gehabt? Ihr könnt euch bestimmt erinnern, ne? Ich bin mehr fremdgegangen, als ich eine Freude hatte. Also auf jeden Fall ist er schon oft fremdgegangen, laut seiner Aussage. Und das wäre auch mal eine gute Frage, ne? Ob sie das wusste. Allgemein, also ich bin vor Temptation Island nicht davon ausgegangen, dass er untreu ist, aber es war für mich eine Chance, diesbezüglich Gewissheit zu bekommen. Ja, ich finde immer tatsächlich, das ist schon so ein Zeichen dafür, dass man sich irgendwie aber nicht hundertprozentig vertraut. Ja, also das ist ja so irgendwie dieses Standardargument, oder das haben halt schon richtig viele gehabt, so mäßig, das ist nochmal der, ja, wie es halt Nico auch meinte, ne? Wenn wir das überstehen, dann kommt der Ring, dann können wir den nächsten Schritt gehen und so. Das hat ja schon so viele gesagt. Wenn ich jetzt den nächsten Schritt eingehen möchte mit der Christina, das heißt heiraten und Familienplanung, muss hundertprozentiges Vertrauen da sein. Ich finde immer, das zeigt auf jeden Fall, dass man sich aber nicht zu hundertprozentig vertraut. Bist du jetzt ein Jahr nach dem Dreh glücklich generell im Leben? Generell im Leben ganz klar ja, aber im Moment, das alles nochmal durchleben zu müssen, ist wirklich sehr hart. Hätte nicht gedacht, dass es mich nochmal so mitnimmt. Ja krass, ein Jahr ist das schon her, aber, also was ich mich auch immer frage dabei ist, normalerweise, vor allem dann, wenn es natürlich gut lief, freut man sich ja auch auf die Ausstrahlung, ne? Also man hat das gedreht und dann ist es endlich soweit, ein Jahr später kommt das dann raus. Aber auch so in ihrem Fall, ich glaube, ich hätte wirklich, also ich glaube es nicht nur, sondern ich hätte nicht die geringste Vorfreude darauf, wenn das ausgestrahlt wird. Wenn dann Leute Fragen stellen dazu oder die ersten Folgen, in denen das halt noch nicht rausgekommen ist, also irgendwie kann man die Zeit, glaube ich, auch gar nicht genießen. Das wird wahrscheinlich wieder besser werden, wenn dann die Ausstrahlung zu Ende ist, aber, ja, keine Ahnung, ne? Also da willst du ja eigentlich gar nichts mehr mit zu tun haben, mit der Show. Wart ihr nicht dabei, ein Haus zu bauen? Nein. Das Gerede von Hausbau von ihm ist genauso Quatsch wie alles andere. Natürlich schmiedet man in einer ernsten Beziehung auch Zukunftspläne und da kam das Thema von einem Eigenheim öfters auf, aber zu einer Umsetzung oder so kam es nie. Ja gut, okay, das hat er ja auch gemeint, wenn die das überstehen, dann kommt das mit dem Ring zusammen. Okay. Übrigens, ich kriege auch dabei immer dieses Grinsen, was er in dem Moment hatte, ich kriege das nicht mehr aus dem Kopf raus, ja? Das ist wirklich ganz schlimm. Jetzt eine sehr gute Frage. Wie war dein Verhältnis zu Nikos Familie vor Temptation Island? Vor Temptation Island hatte weder Nico noch ich Kontakt zu seiner Familie. Die Gründe dafür erfahrt ihr genauer nach Beendigung der Show. Okay, da bin ich gespannt. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt, weil das habe ich ja auch in einer Folge mal gemeint, das habe ich gar nicht so gecheckt irgendwie, was sie damit aussagen will, weil sie meinte halt, das war auch bei dem Lagerfeuer natürlich, ob er weiß, was das für ihn bedeutet. Er ist jetzt obdachlos. Du weißt, du bist obdachlos. Weißt du eigentlich, was für dich auf dem Spiel steht? Ja, ich finde schon eine Lösung. Was für eine Lösung denn? Und da dachte ich mir so, okay, er wird halt bei Sarah irgendwie rausfliegen, so, ne? Ist ja auch klar. Aber dann ist man ja nicht obdachlos und er hat ja theoretisch immer noch seine Eltern, wo er wahrscheinlich auch unterkommen kann. Aber das ist krass, dass da scheinbar das Verhältnis, ja, nicht so gut war, ne? Da bin ich mal wirklich mal gespannt, was da die Gründe dann sein werden, wenn wir das erfahren. Also ich hoffe auch, wir erfahren das. Meinst du, du kannst dich nochmal auf jemanden einlassen und vertrauen? Ja, jeder Topf hat auch einen Deckel. Das wissen wir doch. Ja, bin ich mal gespannt. Vielleicht ist sie ja wirklich mit Nino zusammen, ne? Das wäre schon wirklich krass, muss ich sagen. Das wäre schon krass. Würde ich mich auch freuen, natürlich. Ich kann mir halt vorstellen, dass Nino wirklich so zur falschen Zeit am falschen Ort war. Also, in der Situation, wenn dir das passiert und du dann jemanden kennenlernst, vielleicht natürlich gut, wenn man jemanden hat, der einen tröstet, aber ich glaube nicht, dass man sich da wirklich drauf einlassen kann. Also ich könnte das, glaube ich, nicht. Wäre nice, würde ich mich freuen. Für beide natürlich. Aber, wie gesagt, vielleicht so ein bisschen der schlechteste Zeitpunkt, um jemanden kennenzulernen. Wusstest du vorher, dass er in der Villa so getan hat, als wäre nichts passiert? Ne, das habe ich tatsächlich erst jetzt bei Ausstrahlung so wahrgenommen. Wie war es für dich zu sehen, dass sie nicht nur einmal, sondern zweimal Sex hatten? Es waren sogar dreimal und daher war es noch nichtmals mehr ein Ausrutscher. Was es natürlich auch nicht viel besser gemacht hätte, aber an Dreistigkeit einfach nicht mehr zu übertreffen. Safe. Safe, das stimmt. Also, dreimal. Ich kann mich eigentlich nur an zweimal erinnern. Aber, das ist natürlich sowieso schon egal. Also, wenn es mehrfach ist, kann man einfach sagen, derjenige tut das mit gutem Gewissen. Auch wieder eine gute Frage. Hat sich Nico danach bei dir entschuldigt? Ich habe die Antwort noch nicht angeschaut, aber 100% nein. Haben wir ja auch schon so ein bisschen in den Interviews mitbekommen, dass da keine Reue und so kam. Selbst wenn er sich noch irgendwann entschuldigen würde, aber kann man dann auch nicht mehr ernst nehmen. Also, generell, egal was Nico jetzt posten wird oder in Zukunft noch kommen wird diesbezüglich, dann ist das eher halt einfach nur so eine geheuchelte Entschuldigung, damit man das einfach so der Form halber gemacht hat. Wisst ihr, was ich meine? Aber nicht, weil das irgendwie ihm dann wirklich leid tut oder von Herzen kommt oder so. Diese Frage interessiert euch mit am meisten. In wenigen Wochen werdet ihr das in der Wiedersehensshow erfahren. Okay, aber ich würde, wie gesagt, eher auf Nein tippen. Hat Syria sich bei dir entschuldigt oder habt ihr euch mal ausgesprochen? Beides nein, wir hatten nie Kontakt. Ja gut, aber da muss ich auch dazu sagen, also, ich weiß auch, die bekommt halt viel ab jetzt natürlich dadurch. Und da muss ich auch sagen, die kann man da oder muss man da auch in Schutz nehmen, so. Ja, weil die hat ja da keinen Fehler gemacht. Der Fehler war ja bei Nico und, ja, deswegen, auch wenn die da irgendwie so krasse Hate-Nachrichten bekommt, ich folge ihr ja auch, deswegen sehe ich das auch, was sie postet. Und, ähm, da kann man einfach nur sagen, die hat ja keinen Fehler gemacht. So, der Fehler ist bei Nico und deswegen finde ich auch nicht, dass sie ihr eine Entschuldigung... Ja, äh, wie sagt man? Ne, ich, ich komme gerade nicht drauf. Wie sagt man das nochmal, dass sie ihr eine Entschuldigung... Kommentiert das mal bitte. Guckt mal, wie ich hier sitze und eure Fragen beantworte. Und Murphy sitzt einfach die ganze Zeit so hier neben. Ey, das Ding ist, ne, Freunde, manchmal, ja, da fallen mir Witze ein. Da weiß ich immer nicht, ob ich die bringen soll oder lieber nicht. Aber, also sagen wir mal, angenommen, ich würde den Witz jetzt bringen, ja, dann würde ich sagen, was macht denn Nico da? Als ob er so voll dazugehört und mitbeantwortet. Herr Murphy, was sagst du dazu? Was sagst du dazu, ey? Öh, was wird das denn? Ja, wobei man halt auch nur sagen kann, Hunde sind treue Tiere, ne? Also, wenn nicht sogar die treuesten. Ja, damit sind wir durch, Freunde. Das war's mit der Fragerunde von Sarah. Also, ich bin wirklich unnormal gespannt auf das Wiedersehen. Vor allem mit dem Thema mit den Eltern auch. Also, mich interessiert das irgendwie. Weil, ähm, ja, ne, dass man schon mal so unscheinbar irgendwie rauskam. Und, ja, irgendwie sieht man, da muss ja irgendwas gewesen sein. Jetzt, äh, wird er ja gedeckt. Und ich hoffe auch, muss ich auch sagen, ich hoffe, Nico wird da auch mal nochmal so ein bisschen hochgenommen, so. Ja, auch vielleicht von Lola. Vielleicht wird auch spontan, äh, Sophia rübergeschickt. Dass die das übernimmt. Das wäre natürlich auch nice, habe ich auch schon mal gesagt. Ansonsten hoffe ich, euch hat die Reaction gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin und ciao.